Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass wir in apokalyptischen Tagen leben. Erst geißelt uns das monarchische Virus, dann fällt uns der Himmel auf den Kopf. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt allen Betroffenen. Ich kann mir nur mit Schrecken vorstellen, mit anzusehen, wie Haus und Hof den Wassermassen zum Opfer fällt. Mein Dank gilt allen Einsatzkräften, Helfern, Spendensammlern und Machern. Ihr seid einmal mehr ein Beispiel dafür, dass regionale Strukturen den übergeordneten Machtapparat immer überlegen sind. Aber hätte Schlimmeres verhindert werden können? Bevor es losgeht, mein ausdrücklicher Dank an Freddy Lang und dessen Filmproduktion. Er betreibt mit Move Your Pick die Filmproduktion Lang und hat mir die Aufnahmen der Flut aus dem Gebiet Wilmersdorf zur Verfügung gestellt. Die Daten zu seinem YouTube-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Danke auch für den sehr netten Kontakt. Starten wir ins Thema. Die Politiker und Aktivisten sehen nun einmal mehr das Ende der Welt gekommen. Der menschengemachte Klimawandel trage die Schuld. Andere wiederum touren durchs Land und drücken auf ihre ganz spezielle Art und Weise ihr Mitleid aus. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Kandidat quasi ins Amt gespült würde. Wenn ich mir diese Bilder vor Augen führe, wünsche ich mir umso mehr, dass die Wähler auch den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen dürften. Finanzminister Scholz kündigt für die Betroffenen eine Soforthilfe von 3 bis 400 Millionen Euro an. Er wird wie folgt zitiert. Erstens eine Soforthilfe. Bei der letzten Flut waren dafür deutlich mehr als 300 Millionen Euro nötig. Da wird jetzt sicher wieder so viel gebraucht. Zweitens müssen wir die Grundlage für ein Aufbauprogramm schaffen, damit die zerstörten Häuser, Straßen und Brückenzüge krepariert werden. Wie wir von den vorherigen Katastrophen wissen, geht es hier um Milliarden Euro. Zu der Soforthilfe könnten dann noch Kosten von mehr als 13 Milliarden Euro dazukommen. Nach den Hochwässern 2002 und 2013 beliefen sich die Kosten auf rund 13 bzw. 8,2 Milliarden Euro. Kann man es den Politikern gerade vor der Wahl doch nicht verübeln, sich vom Strom des Mitleids und der Hilfebereitschaft mitreißen zu lassen? Diese Entscheidung überlasse ich euch. Ich denke, wir sind uns einig. Verhindern kann man ein solches extremes Wetterereignis nicht. Leben hätte aber gerettet werden können. Diese adrette junge Dame ist Hannah Cloak, Professorin für Hydrologie an der britischen Universität Reading und eine der Entwicklerinnen des europäischen Hochwasserwarnsystems EFAS. Ihren Angaben nach waren die ersten Anzeichen der kommenden Flutkatastrophe bereits neun Tage vorher von Satelliten im Orbit erfasst worden. Danach wurden minütlich Vorhersagen an die deutsche und belgische Regierung weitergegeben. In den extremen, präzisen Prognosen hieß es unter anderem, das Rheinland sollte von extremen Überschwemmungen heimgesucht werden. Vor allem entlang der Erft und der Ahr sowie in Städten wie in Hagen und Altena. 24 Stunden vorher wurde ziemlich genau angekündigt, welche Gebiete am stärksten betroffen sein würden. Dennoch traf die Flut die meisten Opfer völlig unvorbereitet. Binnen 48 Stunden fiel mehr Wasser vom Himmel als sonst innerhalb eines Monats. Dies mit den bereits geschilderten katastrophalen Folgen. Das EFAS-System wurde Anfang der 2000er Jahre von Cloak und ihrem Team entwickelt, mit den Bildern und Auswirkungen der Flut von 2002 vor Augen, die Europa damals heimgesucht hatte. Auch damals gab es europaweit über 100 Opfer und einen wirtschaftlichen Schaden von mehreren Milliarden. Die Idee dahinter war es, die Bevölkerung frühzeitig zu warnen und somit Schutzmaßnahmen einleiten zu können. Das Frühwarnsystem baut auf einem Algorithmus auf, der die Daten der Copernicus-Satelliten mit den hydrographischen Aufzeichnungen und den Pegelständen der Flüsse verbindet. Dieses sollte dann den Verantwortlichen im besten Fall eine Vorlaufzeit von bis zu 10 Tagen vor extremen Wetterlagen ermöglichen. Im Einzelnen ist es natürlich schwer, Blitzüberschwemmungen vorherzusagen. Es bleibt aber noch genug Zeit, um große Gebiete und Städte zu warnen. Auf den Seiten der EFAS ist eine interaktive Karte zu finden. Mit einer Verzögerung von 30 Tagen werden dort alle Daten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es wird also interessant sein, zu sehen, was die Daten dann offenbaren. Also, was haltet ihr davon? Wir hätten gewarnt werden können. Nun ist überall von Systemversagen die Rede. Der Gebührenzahler finanziert einen der teuersten Staatsfunk-Apparate weltweit. Niemand ist dort in der Lage, eine Notwarnung früh genug und wiederholt über die diversen Kanäle abzusetzen, also über die TV-Sender, die Radiostation, Social-Media-Kanäle etc. Selbst die guten alten Printmedien hätten hier das ein oder andere Leben retten können. Und ja, ich bin der Meinung, wir haben einen Staatsfunk. Wer anderer Meinung ist, erkläre mir bitte die Institution der Rundfunkräte und deren Zusammensetzung. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, die Zahlungen der Soforthilfe ins Verhältnis zu setzen. 400 Millionen Euro Soforthilfe. Je 200 Millionen vom Bund und 200 Millionen von den Ländern wurden nun beschlossen. Die Hilfe für die Lufthansa belief sich seinerzeit, also 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie, auf 9 Milliarden Euro. Das ist das 22,5-fache der jetzigen Soforthilfe. Hier könnte man sicher noch viele weitere Beispiele anführen, wo unsere Regierung großzügig Steuergeld verteilt. Natürlich wird diese Katastrophe wieder von allen Seiten instrumentalisiert. So meldet sich unter anderem auch Luisa Neubauer zu Wort. Gegenüber der DPA sagte sie unter anderem, die Bundesregierung verhält sich bisher im Kern seit Jahrzehnten so, als könnte uns die Klimakrise nicht wirklich etwas anhaben. Die Flutkatastrophe sei eben nicht nur ein großes Unglück, sondern auch die Konsequenz aus der politischen Weigerung, wissenschaftliche Warnungen ernst zu nehmen. Ist dem so, werfen wir einen Blick in den Monitorbericht 2019 vom Bundesumweltamt. Auf der Seite 250 ist folgendes Diagramm zu finden. Demnach sind die Forschungsgelder von 2007 von 5 auf 45 Millionen im Jahr 2017 gestiegen. Wohlgemerkt, die Tendenz weist weiterhin nach oben. Selbst der Deutsche Wetterdienst sieht es nicht als erwiesen an, dass die Flut im Westen Deutschlands durch den Klimawandel ausgelöst wurde. Der Diplom-Meterologe Andreas Friedrich wird wie folgt zitiert. Ein solches regionales Unwetter ist ein Einzelereignis. Das ist Wetter. Die Behauptung, der Klimawandel ist schuld, ist so nicht haltbar. Weiter heißt es in einem Bericht der Presse Augsburg. Allerdings gebe es in der Tat eine Häufung schwerer Unwetter seit zwei Jahrzehnten. Unsere Klimatologen nehmen einen Anstieg solcher Unwetterereignisse in den vergangenen 20 Jahren wahr. Für wissenschaftliche Aussagen über das Klima reiche die Datengrundlage jedoch nicht aus. Friedrich widersprach damit den Meinungen von CDU, SPD und Grünen bzw. deren führenden Politikern, die den Klimawandel sogleich als schuldigen für die Katastrophe ausmachten. Friedrichs Aussage deckt sich auch wieder mit dem Monitorbericht. Diesmal finden wir auf Seite 52 folgenden Graphen. In den Erläuterungen hierzu ist zu lesen, die Zeitreihe zu Hochwasserereignissen ist durch einzelne, wiederkehrende Hochwasserereignisse sowohl im Winter als auch im Sommer halbjahr geprägt. Signifikante Trends lassen sich nicht feststellen. Je nach Witterungskonstellation ergeben sich räumliche Schwerpunkte des Hochwasserauftretens. In der Regel sind aber mehrere Flussgebiete betroffen. Führt man sich nun vor Augen, dass der Anteil Deutschlands am CO2-Ausstoß im Jahre 2019 gerade einmal 1,93% betragen hat, könnte man schon die Frage nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung in den Raum stellen. Es bedarf zudem nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, wer die Kostenseite zu tragen hat. Soweit mein kleiner Einblick. Was ich wirklich nicht verstehe, wieso so viele Menschen und Tiere ihr Leben in den reißenden Fluten lassen mussten, ist lagen früh genug Warnungen vor. Eine Kommunikation mit den betroffenen Gebieten war trotz aller Technik und eines riesigen Medienzirkus nicht möglich. Die Kluft zwischen den Steuerzahlern und den gut dotierten Leistungsempfängern scheint wohl immer weiter auseinander zu gehen. Grüße an dieser Stelle noch einmal an den Herr Laschet. Wenn man sich auf den sozialen Medien umsieht, könnte man zudem den Eindruck gewinnen, dass die Aufraumarbeiten größtenteils von Privatpersonen, Landwirten, Unternehmern usw. gestemmt werden. An dieser Stelle nochmal mein ausdrücklicher Dank an alle helfenden Hände. Alle Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich freue mich auch in den Kommentaren als auch auf dem Discord mit euch ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr mich natürlich freiwillig unterstützen möchtet, könnt ihr dies gerne per Bitcoin oder Ethereum tun. Die Walletadressen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.